Ja moin moin und willkommen zu einer weiteren kleinen Runde Raft. Mit dabei wieder Olek und Martin. Grüßt euch erstmal Jungs. Lü lü. Moin. Jo, Tangeru haben wir gerade hinter uns gelassen. Jetzt geht es ein bisschen weiter. In dem Sinne, freut euch auf die Folge. Vielen Dank für das Einschalten. Jo, viel Spaß. Gut. Machen wir erstmal ein bisschen klar Schiff, wa? Ich baue mal ein paar Regale, ne? Ja. Okay. Ich baue mal ein bisschen. Ich baue mal ein paar Regale, ich baue mal ein paar Regale, ich baue mal ein paar Regale. Einer kann ja auch mal die Schmelzöfen. immer ein bisschen füttern. Wir haben noch genug einzuschmelzen. Womit denn? Guck mal in der eigenen Kiste, wo die zwei einzelnen vorne stehen. Da sind genug Barren drinnen. Der hier. Da sind Metall, Erz, Kupfererz, Titanerz. Kann alles eingeschmolzen werden. Ich habe den Dschungel geholfen. Das ist viel. Was soll hier eingeschmolzen werden von? Ja, Tal und Titan. Ja, Titan kannst du es erst machen. Erstmal Titan. Ja. Oh, genau beim Schießen weggeflogen, das ist das Ding. Ja, das mache ich mal so, ne? Da zum Einschmelzen packe ich mal hier rüber, ne, im Ofen. Äh, Quatsch, im Ofen. Hier die Kisten bei den Öfen. Die beiden schmelzen? Ja. 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 Ah, wir können die Stahl-Dinger-Fundamente schon bauen. Die müssen unbedingt Metallbahnen einschmelzen. Die Morwa und mit dem Musik spielen. Die sind so gut. Die sind da. Die sind schnittig. Die sind da. Äh, erleden Sie, die sind schnittig. Die sind da. Die sind da. Abfiring, die sind da. Hast du hier was Neues platziert hier? Was heißt was Neues? Hast du hier was Neues aufgeliegt oder ist das noch nicht fertig? Ich glaube ich hab Neues, ich hab da nichts Ich, ich, voller ich Oh da, Knabber da Ich bin noch irgendwo Jetzt knabbert er Das kann ich auch nicht tun bleiben Jetzt eben Doch Ich wollte dich grad machen, okay Okay Ich mach jetzt mal Ein paar Stellen unkaputtbar für den Hai, ne? Immer gut an Das wird echt gut sein Ich mach das 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 Wie der Front ist und kaputtbar Brauch ich doch ein bisschen Ramrock sagst du ja? Okay. Guck mal, da wo jetzt unkaputtbar ist, da können wir jetzt die Schrägen ranbauen, weil die kann er dann nicht mehr kaputt machen. Dann würde ich mal sagen, Feuer frei oder was? Ich bin bei. Ich bin bei. Die Federn schmeiß ich in den Schredder. Ja. 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 Da macht er schon wieder Bastellino. So, muss er dann noch mal essen trinken. Baui, Baui, Baui. Wir brauchen irgendwie mehr Wasser-Entsalzung. Ich kümmere mich gleich. Für diese zwei. War ich schon ein Batterieladegerät gebaut? Nee. Ist gerne nicht in Ordnung. Kannst du gerne machen. Ich sehe gerade, das Ding ist leer hier. Wo ist eine Batterieladegerät? Wir haben noch keins gebaut. So, Biokraftstoff, Biokraftstoff, Ladegerät. Kunststoff, Schrott, Leiterplatte. Oh, Leiterplatte muss ich auch wieder herstellen. Ich steck mir Leiterplatte hin. Wo ist eine Leiterplatte? Leiterplatte. Kupferbarren. Haben wir schon Kupferbarren überhaupt? Ja. Kupferbarren 2. 1, 2. Einen hiervon. Kupferbarren. Und Kunststoff. Und Kunststoff. Da ist kein Kunststoff. Da ist Kunststoff. Herstellen. Kupferbarren. So, was brauchen wir jetzt? Wo war da? Laderit. Ja. Ich glaube wir ditschen gleich an der Isel an. E3. Werfe man an. Werfe man an! Hier ist das Boot, werfe man an. Werfe man an! Was ist denn der Anker jetzt? gläubisch auf der Leiterplatte, der ist raus. Guck mal hier auf der Insel. Das ist was für euch Jungs. Das tappt er noch nicht. Gehmen wir hin, da hast du Schuhauf. soprff, da kriegst du eine Mütze auf dem Boot! Komm wir gehen wir hin. Have to what the other rope! Ja, wir gehen wir hin. hier kannst du von mir aus auch gerne noch kurz gucken ob man hier tauchen kann ich mache hier ordentlich ich hab's hergestellt das ist ein geladegerät glaube ich muss in der nähe vom bio kraftstoff dinks da sein du kraftstoff links von den tanks ich stelle es dahinter hinter den laufrädern auf nee wo ist das ding hier mal her mal da steht hier hinten hinten steht ne falsch rum guck mal kannst du gerne dahin stellen aber guck mal wie rum zeig dir das mal guck mal das hat ja einen schnorchelanschluss so rum damit du hier mit dem rohr da ein rohr ran machen kannst soweit ok weil kraftstoff braucht ok verstehe genau ein rohr stück brauchen wir das liegt ja aber einer baukiste das kannst du ihre batterien machen zack einfach reinstecken hier eine hand nehmen und dann reinpacken k noch ein bisschen gelagert irgendwo eine habe ich gerade reingemacht und zu ziel hat eine zweite Und sieht man, dass die voll sind? Achso, dann leuchten die roten Lampen nicht mehr. Die ist da grün. So, kann ich mal taugen gehen? Wo man hier so verfindet alles? Nee, 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 wir haben abgelegt, wir haben abgelegt, wir haben abgelegt. Okay, okay, verstehe, verstehe, verstehe. Wieder an Bord. Alec wollte noch ein Wasser reinieren, ne? Alec? Ja. Wo stopft hier die Feder rein? Unten. In den Schredder. Hier ist der Schredder. Ohne die. So verbaut hier jetzt alles, dass ich nicht weiß. Ja, ich bin auch nicht mehr hier unten in den Upper Decks gewesen, ne? Das sind dann aber die Lower Decks, ne? Aber egal. Ja, Lower Decks. Aber wer oben? Ja. Ja. Weil Englisch ist nicht so gut. Ja. 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 Nein. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Oh yeah, oh yeah, gooty, gooty. Gooty, 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 gooty. So, schön. Ich freu mich. Heißt X, heißt X. Weg ist er. Was? Ach, ist gerade erwischt sogar. Tanker werfen, oder? Das ist ganz klar. Ja, komm gleich zurück. Jungs, haben wir das Rezept eigentlich schon für Fischkopfsuppe? Fischkopfsuppe. Fischkopfsuppe. Fischkopf. Einfacher Fischkopf. Ja, Topf. Nee, nee, Fischkopf, das wird die gelben. Weißt du? Das haben wir noch nicht, ne? Nee, 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 das haben wir noch nicht. Das haben wir noch nicht, haben wir noch nicht. So, ich hab die Kisten mal wieder ein bisschen geleert. Und das ist dann. Und das ist dann. Fischkopfopp. Fischkopf. Okay. muss man für die highsteak super machen weiß ich glaube zwei high steaks die blaue alge und ein pilz zwei high steaks blaue alge und ein steak äh ein pilz blaue algen haben auch bloß noch drei stück die findest du auf großen inseln große inseln das kann jetzt noch zu beschmelzen da kann es nicht. Da taucht, damit leer. Eingepackt. Vorne kann der Heischu nicht mehr knabbern. Der kann nur noch hinten knabbern. Hast du eine Stoßkante gemacht, sagst du ja? Alles verstärkt. Schön zum Rammen weg, ey. Schrott. Schrott müssen wir auch wieder unter Wasser holen, Martin. Da leck. Wenn ihr am nächsten Mal taucht, denkt an den Schrott bitte. Da brauchen wir auch wieder. Für den Riegel. ... ... Okay. So, Wasserreiniger. Ach, hast du Captains besaubt, ja? Ja, Captain. Da vorne kommt eine dicke Insel, Matt, glaube ich. Da können wir von mir aus verankern und ein bisschen Ton und Sand und halt unter Wasser ist wichtig, weißt du? Ja, ja, ja. So, da treiben wir daran vorbei. Treiben daran vorbei, ne? Ja, die sind gerade schon wieder weg da, glaube ich. Ach, scheiße. Da kommt eine kleine, da kann man auch tauchen. Wir brauchen noch ein Tauchloch, ne? Um wieder auf Boot ein- und auszusteigen, wenn er zu ist. Ja, ja, wenn er unten oder linksrum zu ist, brauchen wir da so ein... So ein Löcherli. So ein Löcherli. Ich weiß, dass ich drei Leuteальные, vier, 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 ne? Mache ich später, noch ist zu früh. Wir haben nicht genug Metall, um das abzusichern. Kann man Agai schmissen, kommt einer fix mit Looten. Ja, warte, ich mach mir, lass auch noch ein bisschen was leer gleich. Macht euch mal einen Haken bitte, einen neuen Haken, einen besseren Haken, vielleicht produziere ich schnell welche. Das ist ein Bolzen. Damit kannst du schneller abernten unter Wasser, weißt du? Machst du gerade einen Haken? Ja, mach ich, 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 mach ich mit. Ich sag mal, ich bin auch irgendwo bei uns da. Olek, komm mal her. Tritt dich mal auf. Hier, hinter dir. Na guck, auf den Boden. Wo ist er? Hier, Martin. Guck mal. Ja. Nein. So, Hakenküder rausschmeißen oder wird? Raus nicht. Oder machen. Wollen wir Hakenküder noch angucken? Ja, natürlich, den reißen wir gleich an, Alter. Einen haben wir noch. Den brauchen wir noch für Hakenküder eigentlich, wenn wir ein paar Fische gestangen nehmen. Bestimmte Fische, ich schmeiß die mal raus. Geh mal jetzt aber trotzdem mit drin. Hat mich gleich angegriffen. Ja, Olek, ich hab einen Köder gleich draußen. Ist draußen. Er ist dran am Köder. Ihr könnt ernten. Wo soll ich eine Heiküder hinpacken? Keine Ahnung. Wir sind vorne gleich in die erste Kiste rein, wo es Schrott drin ist. So geht es auch tauchen. Schrott holen, Sand holen, Ton holen, Metall-Erf. Viel schneller, ne? Ja. Eigentlich alles. Hakenküder. Nur Steine nicht, die brauchen wir nicht. Können wir uns immer Flossen herstellen und so eigentlich. Ja. Irgendwie ist hier nichts. Oh, die Katze hat wieder was angestellt gerade. Böse Mietz. Wo sind sie? So sind sie. Also ich tauche und tauche hier, ist aber nichts. Vielleicht ist ja gar nicht so viel, müssen wir weiter. Ist ja auch nur eine kleine Insel, ne? Also Steine habe ich, aber was wir ja nicht brauchen. Oh, und ein Hai ist wieder da. Wie gesagt, vorne beim Schrott liegt ein Köder drin. Wir haben gerade schon einen rausgeschmissen, aber hier ist nichts mehr. Den kannst du dir sparen. Okay, und weiter. Na warte, ich will noch ein Messer. Na ja, ich geh noch kurz auf die Insel hin. Ich versuche hier mal raufzukommen, ob hier noch mal irgendwas ist. Du bist hier hoch. Wichser ist bei mir. Nachs brauche ich noch. Nachs wäre nicht so verkehrt. Rote Blumen sammeln? Blumen sammeln oder so brauche ich nicht, ne? Hm, du kannst Blumen ernten, ja. Aber nimm nur die Samen mit. Auf der anderen Seite der Insel Ollick, da kann man noch ernten. Aber auch nicht wirklich. Ich hätte eine größere suchen. Nop. Das war's. Wenn du fertig bist, Martin, dann können wir los. Ja. Bisschen was gab, ja. Hätte ich hab hier nen Fisch gegessen, dafür ging übelst Wasser runter. Hast du roten Fisch gegessen gehört? Wahrscheinlich. Da war ich nicht. Und der war in der gekochten Kiste da drin, deswegen hab ich gedacht. Ne, die siehst du ja, ich hab sie ja leer gemacht und da auch vorhin gerade erstmal alles so reingeschmissen, weil ich noch so an roten Fisch drin habe. Ja. Und die roten, die kochen sind immer braun, ne? Ja, ich hab's fertig gekriegt. Okay. Okay. Guck vor. Irgendwo knabbar da. Ja. War gesehen. Und weg hat er die Ecke. Ist egal. Du bist von der Kiste mit Blumsaum? Ne, ne? Doch, hier unten beim Balkan. Ja. Okay. Okay. Irgendwo in der Kiste mit ner Moschel. Ja. Auch beim Anker, aber in den Regalen. Waren wir gerade auf der Insel? Die da kommen. Oh ja. Ja, ne? Hinter uns ist. Ja, ja, ja. Ja, muss die sein. Ja. Scheiße, ich wollte doch noch Wasserreiniger machen. Ich habe glas. Irgendwie kommt gerade kein Schwock an. So, bitteschön, hab noch oben ein Meer gemacht und unten auch noch ein Meer. Das sollte erstmal reichen, oder? Oder was sagt ihr? Achso, jetzt. Ja, ja, denke ich mal, bringe ich mal auf den Start. Okay. Joa, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle auch mal ne kleine Pause. In dem Sinne, schonmal vielen Dank für das Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke. 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 Danke.